ARD Text im Auftrag von Funk Wetzel-Wolf-Pach Ah, hast du gut gemacht Wetzel-Wolf-Pach 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 Der erste Bug Bis auf den eine Ausfall Ja Ist das zu verzeihen, oder Frogju Yes, give it her, Boy Oh, das hat eine Anwendung gemacht. Ein Wettbewerb. Eine Wettbewerbliche Wettbewerb ist vollständig, dankbar zu dir. Ja, und die Wettbewerb ist, wie du dein Sample Boy. Hast du was, was braucht eine Wettbewerbung? Oder was braucht eine Wettbewerbung von dem anderen? Use es wütend, liebe. Es gibt nur eine Wettbewerbung. Okay. Hm. Colour-Changing-Potion, okay. Gut, das können wir mal aufheben, oder? Oder für was bräuchten wir die? Ich weiss noch nicht. Wie haben wir denn... Wie haben wir denn Coin? Ja. Hm. Wo kriegen wir die Scheiß-Rosinen her? Wo kriegen wir die Scheiß-Rosinen her? Always look on the smart side of life. Hm. The smart side of life. Okay. Ja. Das könnt ihr dann lupen in eurem Fan-Mate-Best-of. Haha. I'm... I ain't ready, bitch! Ach Gott, willst du uns ja nur dick machen. Ja, das haben wir noch nicht. Eine Work Order. Walnut Strudel! Walnut Strudel! Walnut Strudel! Das ist ein guter Rabarber-Kuchen gemacht. Ja? Das haben wir schon genannt und sie bald die Rabarber-Barbara. Soll ich weiterreden? Ja. Ich kann das ganze Ding. Okay, weil die Rabarber-Barbara so oft und so viel gern, also guten Rabarber-Kuchen gemacht hat, hat sie bald eine Bar aufgemacht. Wie, Rabarber-Barbara-Bar. Soll ich weiterreden? Nein, ich lass es. Das sind fünf Minuten eures Lebens dir nie wieder kriegt, indem ich uroff das Wort Rabarber- und Bavara- und Barbaren- oder Barbier sage. Oder Bier. Ja, ich kann nicht ein Fan von jemandem, der so mit ihren Emotionen verbunden ist. So, wir brauchen Rosinen. Ja. Wo könnten wir Rosinen herkriegen? Welchen Weg sind wir noch nicht gegangen? Color-Changing-Potion. Hilft uns das vielleicht weiter über die Brücke zu ihr, nach hinten? Nein, da brauchen wir das Schlaf-Dingsen. Oder das Mind-Control. Ja, irgendwas. Rosinen. Wo sind wir denn noch nicht hingegangen? Ich glaube, wir waren jetzt überall. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir überall waren. Hm. Irgendwas haben wir ja jetzt. Wir haben ja jetzt die Color-Changing-Potion. Wo könnten wir das wohl einsetzen? Hm. 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 Habt ihr den Schirrl-Problem, den wir haben? Sie sind absolut überall. Sie haben sie gesehen, oder? Sie haben die Menschen-Garten gesehen. Sie haben die Krankheiten, wie ihr wisst. So, zurück. Die Duel von Witz ist noch nicht bereit. Hm. Ach Gott. Ich steh grad an, das gefällt mir nicht. Ja, nein, mir. Ich auch. Irgendwie. Können wir mal das Duel of Strength ausprobieren. Aber ich glaub, das wird uns nichts bringen, solange wir nicht das eine Horn noch haben. Naja, das wird uns wirklich nichts bringen. Bringt das Color-Changing-Potion irgendwas? Können wir das Horn umfärben und vielleicht dadurch... Geben wir da nochmal rüber. Geben wir da mal ganz runter, schauen wir mal. Oder er ganz runter. Na, da ist eh nur er. Der Whisper. Der Whisper. Whisper kann das tun. Hat er zumindest gesagt. Mhm. Aber er ist aus der Competition raus. Per... Kaufwahn. Was hängt da? Hm... Nix, was wir uns anschauen können. Ich hab' hier schon besucht. Wäre nicht cool, wenn es eine Work Order gewesen wäre. Vielleicht ist da noch irgendwas anderes, was wir noch nicht gesehen haben, vielleicht. Mhm. Vielleicht einmal nach rechts oder so? Nö. Ich kann nicht diesen Stress nehmen. Ich brauche einen Snack. Ah. Nein, 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 nein. Okay, ist die... Okay, gut. Steff! Steff! Auf jeden Fall den Schlafpuder müssen wir dort hinten auf den Haufen geben. Ja, ja. Das Hypnotische Puder. Oder die Hypnotische Puder. Ähm... Da nach rechts kann man ja nicht... Da kann man ja auch keine Items drauf verwenden, ja. Sind das Croissants mit Raisins? Ah... Sind Rosinen Croissants? Ja, ja. Wir brauchen aber Schlafpulver. Und dafür brauchen wir... Rosinen. Wir brauchen keinen Schlafpulver. Wir brauchen keinen Schlafpulver. Needs... Raisins to work. Ah... 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 Ja. Das ist natürlich richtig. Vor allem kein Schlafpulver, das ist Hypnosepuder. Hypnosepuder, Entschuldigung. Ich fühle mich so gut. Ich fühle mich so gut. Ich fühle mich so gut. Oh, Traviere. Shimmy, shake, take a nap, spin around. Shimmy. Shimmy. Shimmy, shimmy, shimmy. Nein. Shake. Shakey, shakey, shakey. Spin. Spinning. 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 Take a nap. Spinning. I need a nap. This is just a crazy dream. You don't like the taste of lanky teenager. Yes. Also wir können das Ding jetzt machen. Trial of Strength. Ich hatte so noch keine Ahnung, worum es da gehen wird, aber wir brauchen die Hörner. Das heißt, das hätten wir vorher eigentlich schon machen können. Ja, wir waren nur zu blöd, uns den Haufen Croissants anzuschauen. Ja, weil sie aber auch vorher diesen Cue, mit dem ich einen Snack nicht gemacht habe. Und da trifft uns keine Schuld, weil... Das ist richtig. Uns trifft keine Schuld. Keine Schuld. In Couchnoops Media, Incorporated GmbH, eingetragene Aktiengesellschaft trifft keine Schuld. Ja, das ist mein Genen. Diese Session ist schon sehr lang. Diese Session ist schon, glaube ich, drei Stunden lang. Und wir haben nicht wirklich Pausen gemacht. Nein. Ja, doch für den Parkschein. Ja, zweimal Parkschein ausfüllen, ja. Ich habe jetzt gegambelt. Eine Viertelstunde, nachdem der Parkschein aus ist, weil ich wollte... Ich habe mein Geld, das ist natürlich oben in meiner Jacke vergessen und habe nur eine halbe Stunde Parkschein in meinem Auto gehabt. Ja. Und wir haben es aktuell so, dass ich den Parkschein ausgefüllt habe und eine Viertelstunde, also um drei Viertel höre ich auf und um Punkt, also um 22 Uhr, ist die Kurzparkzone aus. Ich habe jetzt gegambelt. Entweder ich habe jetzt umsonst den ganzen Abend Parkscheine gezahlt, weil ich ein Strafzettel da ist oder ich bin halt einfach nur so ultra, ultra cool. So. Oder ich gehe halt einfach hier und mache nochmal 15 Minuten Parkschein rein, weil ich es kann. Oh, da haben wir es eh gehabt. Ja. Ah, das schaut hübsch aus. Glass of Cheese? Brick an der Kontrakte. Aber ist es furcht, jetzt haben wir es nochmal hingesetzt. Mhm. Die bleiben da, aber halt, oder? Ja, die bleiben. Außer wir machen es, aber wir müssen da mal rauf, ja? So. Da hinten schaut das so aus. Rechts. Äh. Rechts hast du so einen kleinen Vorsprung. Wo? Da rechts, hinter dem Baum. Schaut zumindest aus. Ein bisschen weiter runter. Runter, runter, runter. Da? Nein? Nein, eben nicht. Ja. Aber da muss irgendwo sein, ja. Hallo da. Sind Sie bereit, zu beginnen? Äh. Was genau sind die Regeln? Die Regeln sind einfach. Für eine Veränderung, wenn Sie bleiben, Sie gewinnen. Ah. Ich bin bereit. Let's do das. Let's do das. Gut. All right. Let's the Duel of Strength commence. Ich bin froh, dass wir das wie ein Juni machen können. Wicht mich wenn es übernommen ist. Oh. 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 Aber das ist die Brücke. Ähm. Wie in jedem guten Action Movie. Ja. Schön. Mit dem Nosti-Trell! Good thinking, Graham! Look! Look at it, Madeline! Everything the light touches will be yours. The view of victory. I know it's off-brand, but ACORN! Wait, no! Easy, easy! No one needs to see where this line goes! Careful! Wouldn't wanna trip! Let's do it again, right? No! Careful! Careful! Don't get it tangled! Are you pulling my string? You will never beat me in the tug of war! Oh brother, you should have done that! Ah, you should have done that! I might have stumbled, but this ACORN stays planted! You shouldn't have done that! Ugh! So many knots! Look, I have nothing for you to trap! This rope only traps Wetzels, not ACORN! Perfect! Richtig! Oh! Ah! What the? Ah! Ah! Ah, good! Goddammit! Look out below! Great, brave! That's so old, Madeline. It's so old... Our secret is safe. It's not a complete line... Ziemlich awesome, das ist richtig cool. Du musst es immer überkreuzen. Genau und jetzt nur noch hinten. Ja. Schnell, 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 schnell. Also du musst jetzt ans Ende gelangen, oder? Ich muss nur einmal runter rum. Er macht es richtig gut. Nice. Das ist so awesome. Oh Gott. Was sie mit dem Leg Day haben echt. Belly Day. Belly Day. Aber trotzdem Leg Day haben sie doch oft gesagt. Orpheee. Boo. Belly Day. Belly Day. Belly Day. Belly Day. Way to go Graham. There is a reason why I keep my secret roped up. Oh, this is gonna get dark. What game are you playing here? No, not nach dem, sondern nach dem hinteren. Ah ja, genau. Voll, 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 voll. Ja, das ist es. Und? Genau. Wie viele Schnüre hat er denn noch? Laut Ausschlusskriterium sollte eh die letzte sein. Eigentlich schon, ja. Nach der Regel der 3. 3 Trolle 3 Brücken. Jetzt ist es Zeit, um den Menschen zu retten zu retten. Oh, 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 brother. Oh, der Arme will ja nur... Nein, 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 stopp! Du machst es schlimmer! Oh, lord. Ausweichen. It's still funny! It's still funny! Here, take it back! Worthy. Worthy. Hahahaha NOOOOO! Oh yeah, das war super toät. Ich wusste, dass du es in dir hattest. Mit Hilfe von Trollen und Manny, habe ich das beste versucht, um seine Schwierigkeiten zu zeigen. Ich war ein bisschen näher zu der Nacht. Ich fühlte mich nicht so groß daran. Hallo! Hier! Wir können alle einen Leuchten benutzen. Ja, ja! Genau diesen Weg! Nein, Alfi, stopp! Ich habe es mit ihren Regeln gehabt. Die Zeit ist jetzt! Lass uns den Ingr8 zeigen, was passiert, wenn du die falsche Straße überraschst. Ein bisschen. Ich schätze, das wird die letzte sein für diese Episode, oder? Also die letzte Episode für diese Episode von Kingsnight. Nein, wir müssen noch das Battle of Wits machen dann. Ach? Ja, die Gewinner der Battles müssen dann noch genau antreten. Wir müssen dann noch gegen den Manny antreten. Wahrscheinlich. Wir haben jetzt eine riesige Socke. Ja. Okay. So. Was haben wir denn jetzt im Inventar? Wir haben ja die Socke jetzt mit dem Inventar. Ja. Ich konnte nicht den Socken. Aber was machen wir mit der Socke? Gute Frage. Haben wir noch irgendwo was offen, wo wir hingehen müssen? Nein, nicht, dass ich will. Dann machen wir einfach die... Wir können sie nicht weiter vorbereiten. Machen wir also volle fette... Ja, ist es an. Nein, ich weiß noch nicht, wie lang das noch geht. Okay, dann passt's. Nächstes Mal bei Couchschnutz. Schauerbar. Schauerbar.